Ich bin ein Patient, ein Tod eines Vorhangs, ein Tag, der in demselben, im Bereich der Netz, aber ich verhinderte zu mir, der droht mich zusammenzuschlagen und schreibe mich an und sich so zu leben. Schlichtweg bin ich ja aus. Er hat eine ganz französische Persönlichkeit. Der war am Abend bei einer Krankenschwester des Stitalkomplexes und im Laufe des Abends gesagt, dass er in Bekampung bei mir war. Und sie sagte, dass er in Bekampung bei mir war. Und dann leiderte sie sich, mit ihm ins Bett zu gehen. Und er sagte, ich mache sie, ich habe ihr Verbot mit ihm ins Bett zu gehen. Und er war also bereit, auf mich einzuschlagen. Und weil ich nicht ganz verstanden war und ich sagte, tun sie mich zu erinnern, das macht ja alles noch her. Also es war eine ähnliche psychologische Reaktion. Sie hat auch gewöhnt rechtlich. Ich sagte ihm, ich glaube, dass Sie davon überzeugt sind, was Sie gesagt haben. Sie wollten sich überholen. Ich glaube nicht, dass Sie davon überzeugt sind. Glauben Sie, dass Sie erlaubt haben, dass ich etwas sagen könnte? Und dann sagen Sie uns, naja, vielleicht sagen Sie uns gewollt. Und ich sagte Ihnen, ich bin genauso überzeugt, dass man sich hier sagt, vollkommen verrückt ist, nichts mit keinem zu tun hat. Und Sie haben ein Problem. Sie müssen entscheiden, ob ich Sie jetzt anlüge, ob ich vielleicht noch einen Krankenschwester von mir komme, wenn wir in den Bett gehen, oder ob ich Ihnen die Beinahe verzeihe. Und wenn ich annehme, dass ich Sie anlüge, dann ist es entsprechend, was es bedeutet, dass ein Pferde heute eine Patientin anlüge. Nein, die meisten sind nicht alle, dass Sie sich, Sie haben das gemacht, das kann, man braucht ja nicht nicht so lange. Sie rollen nur die Augen und wissen schon, was alles los ist. Und ich schaue mit einem anderen Namen an. Ich sage Ihnen, kein Autor, wie es ist. Ich habe Ihnen keiner angemacht, nie eine Mitigation gegeben, und ich will nicht, dass es mit der Krankenschwester im Bett geht. Aber ich versuche, Sie nicht mehr zu überzeugen. Ich will ja nur sagen, dass einige Bezeugungen so stark realisiert sind. Das heißt also, dass wir jetzt die unvereinbare Realität leben. Und wenn Sie das akzeptieren können, dann können wir uns doch einigen, dass wir notwendig, weil wir Verrücktheit bestehen. Nur das einzige Problem ist, dass wir nicht lokalisieren können. Aber es besteht ein Verrücktheit, und wenn Sie das wollen wir können, dann können wir übersprechen, was der Einheit dieser Verrücktheit ist, nämlich dass ein Mösch in der Land, einen Mann, einen Ander, der wohl ihn wahrbringt, die Möglichkeit eines extremen Verkehrsbefragen verdient. Das ist eine symbolische Instruktion. Der Patient hat eine Erinnerung von seinem Vater. Sein Kind, sein Vater war langarzt, in einer Nacht, wo seine Hände, seine Runde melden. Der Vater blüttelt und steht dann da, und der Patient war in sämtlicher Form. Und von dieser Erinnerung angenommen. Das heißt also, Sie sehen in diesem psychotischen Moment, die Kompetie in Art, wer konnte und sonst in einem Verständnis ist. Es ist eine sehr detektive Methode. Ich gebe Ihnen nur dieses eine Beispiele, um zu sagen, dass die Taktik eine ganze Zeit von spezifischen Methoden für spezifische Modelle gibt, die ich Ihnen natürlich wirklich alle noch erzählen kann. Theoretisch müsste ich jetzt nacken, weil es nur für die Taktik sind. Ich habe noch zwei, drei Sachen dazusagen. Eine Bewerbungen, die ich besonders in Deutschland richtig finde. Ist das geworden? Ich sage das auf der Praxis meiner Erfahrung um Subventionen. Die Franzosen haben so unterschiedliche Probleme. Amerikaner oder beinamerikaner, Und der Verhältnisse aus dem nach Arto, wie sie Tiere gestechen. Dämonen sollen zu sorgen. Ich sage das, was Sie sagen, den Sie sehen, die uns verhältnism ist. Wir müssen haben dann geťenci, die in den SOS-SIEG und der Gründungslagerung, die in der Gründungslagerung, die in der Gründungslagerung der Größe ge ہے. ...spazifische Probleme, psychoanalytisch orientierter, basierter Erfolgen und Erfolgen in deutscher Sprache, die Patienten in Deutschland brauchen. Erstens, dass im Anfang der Behandlung nicht genügend die jetzige äußere Realität des Patienten untersucht wird, die Gesundheit, was der Patient im Alltag für den Ruf, die siebeste zur Idee, soziale Leben, die man für den Weg machte. Wir haben alles noch in den ersten sechs Monaten lebensgeschrieben und dann weiter nichts. Ich wollte heilen, ein bisschen, aber nicht nach ihm. Ein zweites Problem. Das ist wie nachher so ein Arme-Hascher-Syndrom. Ich weiß nicht, wie man das in Deutschland sagt. Das ist nicht das Arme-Hascher. Das Arme-Patient. Traumatisieren. Sie sind alle gestorben. Sie sind alle gestorben. Aber ein Volk für Unglück, um sich den armen Patienten zu suchen zu retten, ist ein Fehl. Was könnte dieser Mensch sein, wenn er nicht von seiner Krankheit so reduziert werden? Was würde ich tun, wenn ich jetzt den Körper dieses Patienten stecken würde? Was würde ich jetzt für ein wenig tun? Das heißt, die Patienten als Möglichkeit eines normalen Menschen zu sehen, sozusagen eine Inhaltstruktur zu bilden, gegen die man die Problematik des Patienten, der das gerichtige Bild, auswerten kann. Und das bringt eine Gegenübertragung, eine Orientierung, wie der Patient unter uns zu seinem Problem beiträgt, in die sehr, sehr infall ist. Dann drittens, das Konzept, das Psychotherapie-Nehmer gemeinsame Arbeit zwischen Patienten und Trafoil ist. Es ist nicht alles, was es gibt für Patienten. Ich habe vor drei Tagen zwei Patienten in der Rehensung mit dem Zeitpunkt leider dasselbe Problem. Das waren Patienten, die große Probleme ihres Lebens als Eiterdienst und gleichzeitig mit der Erfolge sagen, ich habe ja noch immer nicht gewollt, ich habe das Problem. Was machen Sie eigentlich? Was bekommen Sie eigentlich in der Rehensung? Und dann erfolgt das nicht. Ja, was hier in der Rehensung ist. Das ist der Erfolge für die Schule. 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 Dann, dass die Christlichkeit des gesunden Selbst, des gesunden Menschen erstattet. Die Therapie beginnt durch gesunder Menschenverstand. Das heißt, wenn Patienten uns verkündete Sachen erklären, oder was man nicht verstehen, was er zuerst versuchen heißt, so zu klären, von einer Heilstandung raus, und erst rechtfertig zu klären, wo beginnt eigentlich die Wohlmahnung des Patienten. Der Therapie muss ein bisschen von einem Delegativen haben. Das gibt uns selbst eine kleine Dosis von Paranoideeinstellungen für den Patienten. Es ist wichtig, sich nicht von der Sprache des Patienten anstellen zu lassen. Wenn ein Patient, das ist eine Beitrag von einem Agentivstandard, ich glaube, damit lieber man, wenn ein Patient entsetzlich zweinkraft ist, dann sollte man einen sehr durchsperrisch bringen. Und wenn der Patient entsetzlich zweerisch ist, dann sollte man sehr affizif sein. Also, ich übertreibe das nicht. Die Sprache, aber ich glaube, der ist eine sehr affizierte Funktion, die man so gemacht wird. Und keine Angst haben, Fragen zu stellen. Es gibt da ein Konzent, wenn der Patient nicht so weit was sprechen wird, um ihn in Ruhe zu lassen. Das ist ein Fehler. Wenn der Patient bei etwas bespricht, möchte ich fragen, warum nicht? Was ist das Problem? Wenn der Patient mit dem einen Gedanken zu versprechen, das interessiert man nicht. Aber wenn der Patient nicht so gut passt, das macht es schwierig. Self ist ein Konzept, man muss den Patienten berauben lassen. Das ist ein nichtbestätiger Problem. Wir lassen den Patienten nicht berauben, indem sie Pathologie etwas einlassen, sondern die Dinge, die mich in ein oder andere Richtung schwingen. Fragen zu stellen, die Dinge was kriegen, bringt keinen Raum mehr, sondern zeigt den Patienten nur, dass wir wirklich interessiert sind. Und der rechte Punkt. Es gibt so etwas wie Sexualität. Es gibt so viele Menschen, die sich nicht in einem Falle. Die Kinder mit meiner Freunden haben keine Ahnung, dass sie das wirklich leben, und sie haben vor, wenn sie in einem Frauen sind, zu fragen. Ich glaube, Patienten, die das ist ein Charakter, der wirkt, der eine Frau, die oft haben sie Sex. Die haben eigentlich keinen Sex. Und ich. Haben sie irgendwann mein Selbstkartier? Ja, ein halbes Jahr noch sicher. Und was machen die? Sie sind da andere in der Raum. Und andere Menschen, was fundieren sie? Und welche Masturatorien haben wir sehen? Großvater und Freunde, haben wir da wirklich einen wichtigen Punkt, was wir sehen sollten. Dass Sexualität ein fundamentales und nationales System ist. Ich wünschte mir, dass ich das von einer zykerinorientierten, äh, ich konnte euch sagen, ich müsste aber, welches Grund ist, mich seit ich gut für Grund dafür habe. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.